Seitdem ich Mutter bin, hat sich mein Leben komplett verändert. Es gibt ganz andere Herausforderungen. Ich muss alles unter einen Hut kriegen. Manchmal versuche ich auch noch ein bisschen Zeit für mich zu haben. Das ist auch wichtig. Ich liebe es, mitten in der Stadt zu wohnen, weil man sein Auto stehen lassen kann. Man kann alles fußläufig erreichen. Es gibt einfach draußen immer wieder neue Sachen zu entdecken und das macht den Kindern auch viel mehr Spaß. Die Kleine hat ja einen wahnsinnigen Bewegungsdrang. Also ich finde es Wahnsinn, wie intuitiv und schnell die Kinder heutzutage Laufrad fahren lernen. Ich frage mich manchmal, wie das gewesen wäre, wenn es das bei uns schon gegeben hätte. Das ist die ideale Vorbereitung zum Fahrradfahren. Und ich glaube, wenn die Kleine so weitermacht, haben wir auch beiden Laufräte. Ich habe mein allererstes Fahrrad von meinen Eltern bekommen. Ein blaues Pucki. Mein Papa hat mir dann Fahrradfahren beigebracht bei uns auf der Straße. Das Fahrrad habe ich geliebt. Ich glaube, ich habe dem Fahrrad sogar einen Namen gegeben. Ja, das war mein Ein und Alles. Das war für mich das Allergrößte. Das war für mich das Allergrößte.